Oh mein Gott, wie leicht! Oh mein Gott, wie leicht! Leute, ich starb und nahm Energie dabei. Oh mein Gott, die töten wir, lauf zurück, mach Peitsche, schlag, die dürfen auf keinen Fall näher kommen. Nein! Brav! Brav! Sauber! Kann ich da eigentlich ne andere Waffe nehmen? War's denn irgendwie so? Was kriegt jemand nehmen? Boomerang, genau! Oh! Was denn? Schnupfstuch natürlich! Wie heißt das denn wirklich? Oh! Siegen? Oh mein Glotzer! Wenn ich da abziehe, dann hauen wir ab! Hm! Ja, wir gehen mal raus! Nein! Habt ihr nicht gehört? Wir bleiben! Wir haben hier so'n Gay-Gegner! Nein! Ich hab'n Feuerboomerang! Ö ähh... Toll, lach' mich! Wie gab's? Man trifft doch nicht mehr, ey, so eine Null. Oh, das möchte er gar nicht. Das möchte er gar nicht machen. Wir ziehen gar nichts ab. Hundertzweifel, das ist aber sehr wenig. Natürlich, wir brauchen uns noch voller Energie und dann sowas. Er soll das lassen, er soll das lassen, ich sag ihm das. Ich krieg jetzt mal einen Feuerkanat. Nee, er krieg die auf. Hagel, Feuerhagel. Stirb. Was soll denn? Oh Mann. Ja, langsam nervt das hier. Hm, was zählt wohl? Energie, oder was? Energie. Okay, er nervt. Er nervt. Definitiv nervt er jetzt. Natürlich. Das schaffen wir schon. Cool. Ich weiß auch nicht, Mutanten. Ich bin wirklich behindert. Schwul. Weit war ein Boomerang. Weit war ein Boomerang. Nein, der hat nicht getroffen. Oder was lassen. Das ist vertroffen, Mark? Ich bin mir nicht sicher. Ich treffe wieder nicht. Sauber. Der macht schon wieder Magie, der Spinner. Der nervt irgendwie. Der irgendwas Stärke ausnehmen. Hier. Hey, lass mir in Ruhe. Hat die noch irgendwas, was ich machen kann? Hier nochmal eine Analyse. Mal gucken, was er noch hat. 400 Kp noch. Ich glaube, wir brauchen eine Nuss. Für sie aber, wegen der Energie. Lauf jetzt zu Null ab. Siehst gar nichts ab. Zweck in Höhe. Haben wir ein Eisschwert bekommen? Nein. Doch. Ich habe auch getroffen. Guck. Eisschwert. Asi. Nicht mehr schlagen. Auf keinen Fall. Feuerschwert. Haha.